Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Gameplay aus unserem wunderschönen Studio im noch spielschöneren Halle an der Saale. Unser Thema ist Gaming-Krawatten. Und die, die uns kennen, haben was gemerkt. Wir produzieren heute keine Folge von Online-Geistern, sondern begrüßen euch ganz herzlich, auch die Stammhörer natürlich, zum neuen Format Gameplay. Und das machen wir nicht allein, sondern wir bekommen Unterstützung durch das Bundesland Sachsen-Anhalt. Genau, denn dort hat man erkannt, Gaming und speziell E-Sport kann verdammt wichtig sein. Und da ist man auf uns auch zugekommen, denn wir machen ja seit inzwischen fast fünf Jahren bereits die Online-Geister. Einmal monatlich bei Radio Korax und sonst auch als Podcast. Genau, aber heute machen wir Gameplay. Noch befindet sich hier alles so ein bisschen im Aufbau. Doch bald geht es dann richtig los. Dann startet auch das E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt durch. Das E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt, was ist das denn? Dabei handelt es sich um ein vom Land, also dem Bundesland Sachsen-Anhalt gefördertes Projekt, das Strukturen schaffen will und nach eigener Aussage vier Punkte. Erstens den Wirtschaftsfaktor E-Sport für Unternehmen etablieren will. Zweitens Kompetenzen bündeln möchte. Drittens Wissen transferieren. Und viertens einen Beitrag zur Stärkung des Landesimages leisten möchte. Also im Prinzip kurz gesagt, Sachsen-Anhalt will zum E-Sport-Land werden. Genau. Wunderbar. Martin, unser Projektleiter im E-Sport-Hub, sagt dazu, wir wollen die E-Sport-Szene damit nachhaltig stärken und davon soll am Ende ganz viele Menschen in Sachsen-Anhalt profitieren. Und Gameplay ist der offizielle Podcast vom E-Sport-Hub Sachsen-Anhalt. Also insofern vielen, vielen Dank auch für die Zusammenarbeit, die Kooperation. Danke sehr. Ist jetzt damit, also Online-Geister quasi ein Podcast-Label geworden? Ja, das ist der erste Schritt. Wir sind jetzt quasi das Online-Geister-Expanded-Universe. Da bin ich mal gespannt, was dann noch kommt. Erstmal konzentrieren wir uns aber vollkommen auf Gameplay und fangen mit unserer ersten Rubrik an. Wir wollen euch zu Beginn von jeder Folge einen Begriff aus der Gamer-Szene, speziell für E-Sport, der E-Sport-Szene, der wichtig ist, nahe bringen und fangen mit in der ersten Folge mit dem, finde ich, wichtigsten und geläufigsten und relevantesten Begriff, auch gerade für Sportlichkeit an. GG. Einfach Abkürzung für Good Game, zwei Gs, oft auch kleingeschrieben, weil man hat im Chat keine Zeit, das wie Umschalttasten zu betätigen. Und ich finde gerade für den Bereich E-Sport ist das erstmal ein guter Start als Begriff und es zeigt halt auch einfach dieses Sportmanship, dieses auch so ein bisschen diese olympische Gedanke, dabei sein, ein gutes Spiel machen, ob man gewinnt oder verliert. Am Ende gibt man sich die Hände, in dem Fall virtuell, und wünscht sich gegenseitig ein gutes Auskommen miteinander vor allem. Genau, es ist der Ausdruck von Respekt gegenüber den beiden Gegnern eigentlich, die ja vorher sich je nach Spiel mal mehr, mal weniger gewaltsam bekämpft haben. Natürlich alles nur vom Bildschirm, aber was im richtigen Anführungszeichen Sport der Händedruck ist, das Zeichen des Respekts gegenüber der gegnerischen Mannschaft, der gegnerischen Spielers, ist im E-Sport das GG. Das war ein gutes Spiel und das kommt als Zeichen des Respekts auch eigentlich immer zuerst vom Verlierer. Der sagt, ich habe zwar verloren, aber es war gut gespielt von uns beiden. GG als Angebot an den Gegner, an den Gewinner. Ich bin ein guter Verlierer, ich gönne dir den Sieg. Gut gemacht. Eine Variante davon gibt es auch noch, das wäre dann GGA, also einfach GGA, halt immer auf Englisch dann abgekürzt und ausgesprochen. Das wäre ein Good Game All, also quasi ein in die Runde gesprochenes, gutes Spiel von allen. Also ihr habt euch allesamt angestrengt, auch wenn wir jetzt vielleicht verloren haben, ihr gewonnen habt, umgekehrt, wie auch immer. Aber es war einfach, es war eine schöne Zeit, es war ein gutes Spiel. Wir hatten Spaß auch dabei gehabt. Wir haben vielleicht auch was gelernt, uns neue Fähigkeiten eingeeignet, was auch immer. Aber halt eben diese Idee, die halt hinter diesem gesamten Sportgedanken überhaupt erstmal steht. Und beim E-Sport, also dem elektronischen Sport, klar, dann halt auch genauso weitergetragen wird. Also egal, ob ich jetzt draußen auf dem Rasen Fußball spiele, ob ich Schach spiele oder ob ich halt eben ein Computerspiel, Konsolenspiel, was auch immer spiele. Immer dieser sportliche Gedanke, dieses Mitmachen, dieses Miteinander auch wachsen und miteinander halt besser werden, ist gerade an der Stelle, finde ich, sehr zentral. Und deswegen haben wir das uns auch ganz bewusst als ersten Begriff mit rausgesucht. Eine weitere Variante ist noch GG Well Played, also GG WP, das man noch als bisschen ausformulierter geben kann. Es gibt leider auch hier eine Kehrseite, die eher mit Disrespect, mit Respektlosigkeit verbunden wird. Das wäre GGEZ, GG Easy. Das wird als sehr unhöflich empfunden, wenn man das am Ende schreibt, wenn man damit impliziert, H, ich habe gewonnen, es war super einfach, ihr seid keine echten Gegner. Und in eine ähnliche Richtung geht, wenn man aus Siegessicherheit, bevor ein Gewinner feststeht, bereits GG sagt. Das kann von der anderen Seite als sehr respektlos empfunden werden, wenn der Gegner sich schon so siegessicher ist, dass er das GG gibt, bevor überhaupt die Entscheidung gefallen ist. Also auch im E-Sport, Merkel, gibt es Spieleretikette, wie man miteinander umgehen sollte. Genau, das wären dann Begriffe für das andere BM, Bad Manners, wenn man das ein verfrühtes GG gibt oder ein GG Easy schreibt. Üblich ist es, dass der Verlierer das GG eingesteht, in der Regel bevor er aufgibt oder bevor der letzte, die entscheidende Aktion von der gegnerischen Seite ausgeführt wird und dann auch oft von Kommentatoren übernommen wird, dass die GG synonym benutzen für das Ende vom Spiel und dann sagen, ach, nach dieser Situation sieht das doch ganz nach einem GG aus. Und dann ist es auch meistens schon dort. Also synonym mit der Spielaufgabe, respektvoll Spielaufgabe oder synonym mit dem generellen Spielende. Und da wir auch immer ein Good Game GG machen möchten, gleich als Feedback aufrufen euch da draußen. Passt das? Können wir es besser machen? Habt ihr Vorschläge? Welche Begriffe, welche vielleicht auch Szenen wir kurz mit vorstellen können? Wir starten ja. Wir bauen den Gameplay-Podcast, genau wie den habt ihr an sich auch mit auf. Also insofern helft uns auch gerne dabei, dass wir alle zusammen ein gutes Spiel, eine gute Leistung abliefern können. Genau, auch wenn ihr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt. Wir sind nicht nur zu zweit. Zwei Spieler, Videospieler, die ab und zu auch mal online spielen und dann Dinge aufschnappen. Sagt uns gerne eure Erfahrungen, wo ihr was aufgeschnappt habt, was ihr interessant findet. Bringt es zu uns, wir reden darüber. Genau, denn nur zusammen können wir ein Team sein. Sehr schön gesagt. Und ebenfalls Team-Building-Maßnahmen gibt es bei Gaming-Krawatten, wie dann unser nächstes Thema der Sendung dann auch sein wird. Nicht wundern, der Podcast endet jetzt hier. Das heißt, danach gibt es dann die nächste Folge, dann zum Gameplay-Thema, wo wir uns dann mit E-Sport in Unternehmen, also Gaming-Krawatten auseinandersetzen werden. Passt das überhaupt zusammen? Wie passt das vielleicht auch zusammen? Was ist das eigentlich? Und wird da in Sachsen-Anhalt, wird da in Mitteldeutschland überhaupt was gemacht? Also wie zeigt sich das im Alltag? Wir dürfen gespannt sein. Wir hören uns dann gleich wieder. Gameplay, ein Online-Geister-Podcast. In Zusammenarbeit mit dem E-Sport Hub Sachsen-Anhalt und der Seminar Homeoffice einfach gemacht.